Aber das richtig krasse kommt jetzt erst noch. Jeder weiß wahrscheinlich, was das hier ist. Man kann sich vorstellen, wo das ist, sind auch die vollständigen Gasmasken. Der gesamte Gang ist voller Gasmasken und Filter. Schaut euch das mal an, hier vorne sieht alles voll. Aber wir gehen weiter. Auf.